In diesem Video geht es um die Automatensynthese. Wir entwerfen einen Automaten sozusagen from scratch. Zuerst überlegen wir uns das Zustandsdiagramm, dann wird die Folgezustandstabelle ausgefüllt, wir bestimmen die vereinfachten Übergangs- und Ausgangsfunktionen und checken, was in den unbenutzten Zuständen passiert. Und gegebenenfalls adaptieren wir dann noch die Schaltfunktionen. Zuletzt konstruieren wir den fertigen Schaltplan. Die Arbeitsschritte, die wir jetzt gemeinsam durchlaufen, sind hier noch einmal aufgelistet. Wir wollen die Steuerung einer Kaffeemaschine designen. Dazu bestimmen und kodieren wir zuerst die Zustandsmenge, die die Steuerung braucht, die Ein- und Ausgangsvariablen, dann wie bereits gesagt zeichnen wir das Zustandsfolgediagramm, wir befüllen die Zustandsfolgetabelle, finden mithilfe von Kanodiagrammen die Übergangs- und Ausgangsfunktionen, prüfen dann, ob alles richtig funktioniert und wenn ja, zeichnen wir den Schaltplan für unsere Kaffeemaschinensteuerung. Der Automat, den wir designen wollen, sieht ungefähr so aus. Espresso kostet 2 Franken und Kaffee 3 Franken. Der Automat gibt kein Wechselgeld. Sobald 2 bzw. 3 Franken eingeworfen wurden, serviert der Automat das entsprechende Getränk. Dazu muss kein extra Knopf gedrückt werden. In den Münzschlitz kann man entweder 1 Franken oder 2 Franken einwerfen. Der Sensor, der die Eingangssignale für die interne Steuerung des Automaten liefert, kann also entweder keine Münze detektieren, eine 1 Franken Münze oder eine 2 Franken Münze. Die drei Möglichkeiten sind mit zwei Eingangsbits kodiert. 1,1 ist ein unbenutzter Eingangszustand. Der Automat kann entweder nichts servieren, einen Espresso oder einen Kaffee. Dazu werden zwei Ausgangsbits verwendet und auch 1,1 ist ein unbenutzter Ausgangszustand. Intern soll der Automat vier mögliche Zustände für 0 bis 3 Franken haben. Wenn der Automat eingeschaltet wird, ist das vorhandene Guthaben immer 0 Franken. Wir wollen die Steuerung der Kaffeemaschine als More Automat implementieren. Das heißt, wir können die Ausgänge direkt in die Zustände schreiben. Wenn das Guthaben 0 oder 1 Franken ist, wird kein Getränk ausgegeben. Bei einem Guthaben von 2 Franken wird ein Espresso ausgegeben und bei einem Guthaben von 3 Franken wird ein Kaffee ausgegeben. Wenn das Guthaben 0 Franken ist und keine Münze eingeworfen wird, bleibt der Automat im 0 Franken Zustand. Wenn 1 Franken eingeworfen wird, wechselt der Automat in den 1 Franken Zustand. Wird dann nochmal 1 Franken eingeworfen, wechselt der Automat in den 2 Franken Zustand. Dann wird ein Espresso ausgegeben und der Automat wechselt unabhängig vom nächsten Eingang zurück in den 0 Franken Zustand. Ist das aktuelle Guthaben 0 Franken und man wirft eine 2 Franken Münze ein, gibt der Automat direkt ein Espresso aus und wechselt zurück in den 0 Franken Zustand. Beträgt das Guthaben 1 Franken und man wirft noch eine 2 Franken Münze hinterher, so bekommt man einen Kaffee und der Automat wechselt unabhängig vom nächsten Eingang zurück in den Ausgangszustand. Wenn das Guthaben 1 Franken beträgt und man wirft keine weitere Münze hinterher, so behält der Automat einfach die Münze und bleibt im 1 Franken Zustand. Man könnte die Steuerung natürlich auch anders designen, aber wir wollen es jetzt mal so machen. Wenn wir die Ein- und Ausgänge nun durch ihre binäre Repräsentation ersetzen, erhalten wir dieses Zustandsfolgediagramm. Anhand des Zustandsfolgediagramms wollen wir nun die Zustandsfolgetabelle ausfüllen. Für die Kanten ausgehend von den Zuständen 0,1 und 1,1 habe ich das schon einmal vorbereitet. Wir machen jetzt die anderen beiden Blöcke. Wenn der momentane Zustand 0,0 ist, also der Ausgangszustand, sind die Ausgänge immer 0,0. Das heißt, hier stehen überall 0. Wenn wir uns im Zustand 1,0 befinden, ist der Ausgang immer 0,1. Wir erinnern uns, das war der Espresso. Wenn der momentane Zustand 0,0 ist und es werden 0 Franken eingeworfen, bleiben wir in dem Zustand. Wenn 1 Franken eingeworfen wird, wechselt der Automat in den Zustand 0,1 und wenn 2 Franken eingeworfen werden, wechselt der Automat in den Zustand 1,0. Der Folgezustand für den Eingang 1,1,1 ist undefiniert. Wenn sich der Automat im Zustand 1,0, also 2 Franken befindet, ist der Folgezustand unabhängig vom Eingangssignal immer 0,0. Für den Eingang 1,1 ist der Folgezustand auch hier undefiniert. Jetzt wollen wir die Ausgangs- und Übergangsfunktionen bestimmen. Dazu füllen wir für jede Folgezustandsvariable und für jede Ausgangsvariable ein Kanodiagramm aus und finden die minimale Schaltfunktion. Beginnen wir mit dem Kanodiagramm für z1 n plus 1. In der ersten Spalte des Kanodiagramms sind z1 und z2 beide 0. Die korrespondiert also zu den ersten vier Zeilen der Wahrheitstabelle, wobei wir die dritte und vierte Zeile vertauscht eintragen müssen. Die erste Spalte ist also 0,0,1,x. Die zweite ist 0,1,1,x. Die nächsten vier Zeilen kommen in die vierte Spalte, also 0,0,0,x. Und dann nochmal dasselbe für die letzten vier Zeilen 0,0,0,x. Weil es so schön war, machen wir das gleiche jetzt nochmal für z2 n plus 1. Wir beginnen mit 0,1,0,x. Die nächsten vier Zeilen sind 1,0,1,x. Dann 0,0,0,x. Und nochmal 0,0,0,x. Wir haben sehr viel weniger Einsen als Nullen. Das heißt, wir nehmen Schaltfunktionen in der disjunktiven Normalform. Denn für die Einsen brauchen wir weniger Päckchen als für die Nullen. Im oberen Kanodiagramm bilden wir ein Päckchen hier und ein Päckchen hier und im unteren bilden wir eines hier und eines hier über die Kante. Im oberen Kanodiagramm sehen wir jetzt noch, dass wir hier einen statischen Hazard eingebaut haben, weil sich die Päckchen orthogonal benachbarn. Das heißt, wir fügen hier noch ein weiteres Päckchen ein. Die minimale hazardfreie Schaltfunktion für z1 n plus 1 besteht dann aus drei Min-Termen und die für z2 n plus 1 aus zwei Min-Termen. Für die Ausgangsvariablen habe ich die Kanodiagramme schon mal vorbereitet. Die hätte man sich vielleicht auch sparen können, aber man sieht hier sehr schön, dass wir hier ein Päckchen mit vier Einsen bilden und hier ebenfalls und dann eine Schaltfunktion mit einem Min-Term erhalten. Außerdem sehen wir, dass die Schaltfunktion für die Ausgangsvariablen wirklich nur von den Zuständen abhängt und genau so sollte es bei einem More-Automaten ja auch sein. Durch das Fixieren der Schaltfunktion haben wir nun allen undefinierten Zuständen einen Wert zugewiesen, also den Xen immer entweder eine 0 oder eine 1. Alle X, die in einem Päckchen waren, sind jetzt 1 und alle X, die nicht in einem Päckchen waren, sind jetzt 0. Wir haben dadurch quasi neue Kanten in unseren Automaten eingefügt mit Eingangssignalen, die eigentlich nie auftreten sollten. Vom Zustand 0,0 geht es mit dem Eingang 1,1. Jetzt zum Zustand 0,1. Von 0,1 geht es mit 1,1 zu 1,0. Von 1,0 geht es zu 0,0 und von 1,1 ebenfalls zu 0,0. Die Steuerung, die wir uns ausgedacht haben, nutzt zwei Zustandsvariablen, das heißt es können vier Zustände kodiert werden und wir haben auch vier Zustände genutzt, das heißt wir hatten keine unbenutzten Zustände. Wenn man einen Automaten mit einer Anzahl Zuständen baut, die keine Zweierpotenz ist, hat man zwingenderweise immer unbenutzte Zustände. Bei dem Automaten rechts habe ich jetzt einfach mal den unteren Zustand weggelassen, die erfüllt jetzt eigentlich keinen größeren Zweck mehr. Man könnte sie zwar interpretieren als die Steuerung eines Kaffeeautomaten, der zum Beispiel nur Espresso ausgeben kann, aber das lassen wir jetzt mal weg. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass dieser Automat den Zustand 1,1 zwar nicht benutzt, der Zustand 1,1 aber trotzdem existiert. Wenn wir in den Kanodiagrammen für die Folgezustände, die wir eben gesehen haben, diese X für das Optimieren der Schaltfunktionen verwendet hätten und die blauen Einsen dabei rausgekommen wären, dann könnte der Automat den unbenutzten Zustand nie wieder verlassen, wenn er einmal da rein gerät, zum Beispiel durch eine Störung oder wenn er eingeschaltet wird. Die blauen Einsen entsprechen einer Schleife, die für alle möglichen Eingangssignale, die wir von außen erzeugen können, wieder auf dem unbenutzten Zustand endet. Nun zurück zu dem Automat, den wir eigentlich bauen wollten. Mit den Übergangs- und Ausgangsfunktionen, die wir aus den Kanodiagrammen abgelesen haben, können wir nun den Schaltplan konstruieren. Wir verwenden für jeden MinTerm einen Und-Gatter und invertieren die Eingänge entsprechend. Die Ausgänge der Und-Gatter für eine Schaltfunktion fassen wir dann in einem Oder-Gatter zusammen. Diese zweistufige Implementierung hat den Vorteil, dass der längste kombinatorische Pfad zwischen zwei sequentiellen Elementen, also zwischen zwei Flip-Flops, sehr kurz ist, also nur durch zwei Gatter geht. Dadurch kann die Schaltung mit sehr hohen Taktfrequenzen betrieben werden. Manchmal stehen zur Implementierung der Schaltfunktionen nur NAND- oder nur NOR-Gatter zur Verfügung. Dann muss man die Schaltfunktionen algebraisch entsprechend umformen, bevor man sie implementieren kann. Hier mal ein Beispiel, wie man eine Schaltfunktion in disjunktiver Normalform zu einer Schaltfunktion, die sich für NAND-Gatter eignet, umformt. UV und W können jetzt hier MinTerme sein, die aus mehreren Variablen bestehen. Zuerst invertieren wir die ganze Schaltfunktion doppelt und dann wenden wir dem Morgan's Law einmal an. Wenn uns nur NAND-Gatter mit zwei Eingängen zur Verfügung stehen, wir aber mehrere Variablen verunden müssen, kaskadieren wir die NAND-Gatter einfach. Für das Invertieren einzelner Variablen können wir uns aus einem NAND-Gatter ganz einfach einen Invertierer bauen, indem wir die Eingänge miteinander verbinden. Im letzten Video hatte ich bereits erwähnt, dass man einen MOR-Automaten immer durch einen Mili-Automaten ersetzen kann. Ein Mili-Automat mit derselben Funktion hat dann sehr häufig weniger Zustände als der entsprechende MOR-Automat. Für die kleinere Anzahl an Zuständen muss man aber in Kauf nehmen, dass der Mili-Automat anfälliger auf Störungen der Eingangssignale ist. Dass der rechte Automat ein MOR und der linke ein Mili-Automat ist, erkennen wir daran, dass rechts die Ausgangssignale in den Zuständen stehen und links die Ausgangssignale auf den Zustandsübergängen. Gehen wir einmal den linken Automaten durch und vergewissern uns, dass er wirklich das gleiche tut wie der rechte Automat, also der Kaffee-Automat, den ich am Anfang vorgestellt habe, immer noch die korrekten Kaffees serviert. Wir beginnen im Zustand 0,0. Wenn wir keine Münze einwerfen, gibt es kein Getränk und wir bleiben im Zustand 0,0. Wenn wir einen Franken einwerfen, gehen wir in den Zustand 0,1 und es gibt kein Getränk. Wenn wir dann keine Münze einwerfen, gibt es auch kein Getränk und wir bleiben im Zustand 0,1. Wenn wir zweimal hintereinander einen Franken einwerfen, bekommen wir einen Espresso und landen wieder im Ausgangszustand. Wenn wir erst einen und dann zwei Franken einwerfen, bekommen wir einen großen Kaffee und landen auch wieder im Ausgangszustand. Und wenn wir direkt zwei Franken einwerfen, bekommen wir einen Espresso. Die Automaten links und rechts erfüllen also dieselbe Funktion.